Die Jahreszeit spielt eine Kerne. Die Frauen, die zu mir kommen, machen es einfach dann, wenn sie Zeit haben. Die kommen im Winter, die kommen im Sommer. Dann gibt es Leute, die das Gefühl haben, wenn es heiss ist, ist es nicht gut. Aber in Brasilien ist es noch viel heisser, das ganze Jahr. Und sie machen auch Busch und Bösserung. Also das Wetter, das Klima spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe Frauen, die im Sommer machen und eine Woche später bereits in die Sommerferien gehen. Als sie sehen, es ist alles möglich. Wichtig ist, dass es für sie der perfekte Zeitpunkt ist, wo sie das Ganze gut planen können mit der Familie.